Und da schließt sich für mich auch der Kreis des künstlichen Konstruktes, der Matrix, weil es wird uns allen eingeredet, dieses Energetische gibt es nicht, die Energetik gibt es nicht, der Mensch ist nicht Energetik, alles, was ich nicht sehe, gibt es nicht. Und da beginnt etwas Großes aufzubrechen, weil wenn der Menschen das bewusst wird, und das wird jetzt vielen bewusst und viele sind damit überfordert, dann werden wir auch Wunder erleben, was wir als Wunder sehen. Und es wird natürlich auch sehr viel dagegen getan, wie zum Beispiel das Kiffen oder LGBTQ und so weiter, Transgender und was es da wirklich einfach alles geht, Black Lives Matter und uns irgendwie in dieser Wut zu halten und das moralische Getue und Vogue und alle sind so sensibel geworden auf Meinungen und du darfst das nicht sagen und das nicht sagen, das hält dich so in dieser kleinen Welt drin irgendwie. Und da werden halt jetzt Punkte gesetzt, beispielsweise, dass Marihuana oder ich glaube Marihuana erlaubt wird im deutschsprachigen Raum. Da sollten sich jetzt alle mal fragen, warum das so ist, gerade jetzt. Okay, das ist jetzt spannend. Mein Name ist Tobi, willkommen hier auf diesem Kanal. Wir reagieren heute auf Birgit Fischer bei Felix van Frieden, die Wahrheit über den Mars und seine Bewohner. Lass uns sehen, was Birgit Fischer dazu zu sagen hat. Ich danke dir sehr vielmals für deine Kommentare, auch im letzten Video, als ich mich ein bisschen geöffnet habe. Es sind sehr schöne Kommentare gekommen, danke vielmals. Wir versuchen natürlich hier so authentisch wie möglich zu sein. Auch wenn es manchmal, weil es nicht immer einfach, weil es wird oft als Schwäche angesehen, wenn man mal halt seine Schwächen zeigt und so weiter. Vor allem als Mann ist es halt so, dass man schon immer ein bisschen so, ja, eine Fassade aufbaut und einen coolen Typen spielt. Aber ich finde irgendwie, das ist nicht meine Aufgabe hier. Man muss dann versuchen, ich versuche authentisch zu sein und ich glaube, so kann sich eventuell auch etwas ändern. Aber das ist meine Art, das muss ja nicht jeder machen. Wie gesagt, danke vielmals, bist du hier. Ich würde sagen, wir gehen gleich rein. Hey, hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Heute zu einem neuen Interview. Mein Name ist Felix van Frieden, mein Gast heute, Birgit Fischer. Birgit Fischer ist Medium, Heilerin, Autorin, unter anderem von zwei Spiegel-Bestsellern. Ich lese gerade dieses Buch Star Seeds Healing, kann es jedem empfehlen, ist sehr grandios, was da alles drin steht. Birgit hält auch Vorträge, bietet mediale Ausbildungen und Workshops an. Schon früh zeigte sich eine ausgeprägte Hellsichtigkeit und eine Hellhörigkeit. Diese Gabe brachte im Kindergarten, in der Schule schon viele Probleme mit sich und viele betitelten sie als Träumerin oder Sensibelchen. Viele Jahre vergingen, in denen Birgit ihre Begabung versteckt hat. Sie hat studiert, war danach beruflich erfolgreich, doch schmerzte das Unterdrücken der Berufung immer mehr. Es folgten turbulente Zeiten mit depressiven Phasen, einer Flucht in Rauschzustände und Wechsel zwischen Mager- und Fettsucht. Und in dieser Zeit war Birgit dem Tode häufiger näher als dem Leben. Doch mit der Geburt ihres Sohnes, dessen Geburt ein Wunder war, weil ihr gesagt wurde, sie könnte keine Kinder gebär, änderte sich alles. Sie begann sich als Medium zu zeigen, lebte ihre Bestimmung. Sie wollte endlich bei sich sein, wahrhaft glücklich sein, denn ihr war klar, wenn sie glücklich ist, ist auch das Kind glücklich. Damit war die Zeit des Versteckens vorbei und das ist wunderbar, denn deswegen sitzen wir heute. Birgit, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hi. Ja, die Zeit des Versteckens kommt immer wieder, gell? Also wenn man so in seiner Entwicklung drinnen ist und mit den Zeitqualitäten lebt, dann tut sich ja bei mir auch etwas. Es gibt neue Forschungsgebiete und es ist immer wieder erforderlich, dass man mutig zu sich steht und was einen gerade interessiert, was man so macht. Und ja, das Mutige braucht sie immer wieder. Also erstens mal, sehr, sehr starke Einleitung von Felix von Frieden, auch emotional sehr gut drüber gebracht, wirklich Respekt. Ihr habt auch gestern ein Video dazu gemacht, da habe ich gesagt, am Anfang ist es noch so, man hat wenig zu verlieren. Also wenn man gerade startet, man hat ja noch nicht groß was aufgebaut und jetzt hast du schon eine Riesen-Community aufgebaut. Es gibt mittlerweile über 93.000 Leute auf YouTube und ich glaube auch, das ist eine ganz andere Art von Mut, die jetzt gefordert ist, um immer noch weiterzugehen und wirklich die eigene Wahrheit zu sprechen. Siehst du das auch so oder ähnlich? Ja, wobei ich habe es relativ einfach, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe immer selbst das Leben genommen und war im Jenseits und musste dann wieder wirklich lernen, auch zu leben. Und wenn du da mal warst, bist du auf einer Art und Weise demütig, du weißt auch, wie tief das runtergeht und dann hast du jetzt nicht mehr dieses, oh mein Gott, was könnten die Leute denken, gell? Also das irgendwie ist das nicht mehr, das steht gar nicht mehr im Raum, sondern du denkst dir nur irgendwie so, tut es gut, tut es mir gut, tut es den Menschen gut? Und mein Fokus ist halt wirklich klar und deutlich da, okay, was gibt es jetzt an Zeitqualitäten, was können wir brauchen oder was tut den Menschen gut? Und ich gehöre auch zur Menschheitsfamilie und was ist interessant? Also ich bin eher auch in diesem, was ist interessant? Und mit diesen Sternenvölkern ist für mich alles interessant und jetzt geht es, jetzt bin ich ja in diesem Forschungsbereich drinnen, was ist die künstlich erbaute Matrix? Also da geht es in Sachen Heilung, die Angst vor dem Tod, jetzt kommt das dritte Buch im April und das wird viele Menschen interessieren, weil da geht es um die höheren Ebenen der Liebe oder des Liebens auch und das ist ja auch ein großes Matrixkonstrukt, die Angst vor der Liebe und was ist Liebe, was ist Sexualität, wie setzen das die Sternenvölker um oder manche von ihnen und es gibt auch Sternenvölker, die waren so ähnlich in einem ähnlichen Transformationsprozess wie die Menschen und die haben mir dann gezeigt, wie sie da durchgegangen sind und was wirklich Liebe bedeutet, weil den Menschen selbst wird einfach gesagt, wie wir Beziehungen haben müssen, wie wir sie leben müssen, wie Partnerschaften zu leben sind, was Sexualität ist, dann geht es in Richtung Pornografie, die uns ja alle ziemlich versaut hat. Ja, das ist krass, also das sage ich einfach immer wieder, ich sehe zum Beispiel jetzt diese Strassenumfragen und da fragt immer einer, wie ist der Mann und wie ist die Frau, wer betrügt mehr und so weiter und für mich ist das alles so, gar nichts Wahrhaftiges, was dann irgendwie gesagt wird, weil es alles so gesellschaftskonstruktlich ist. Ah, die Frau ist so und der Mann ist so, das sage ich ja immer wieder irgendwie in diesen Videos, aber es ist so gesellschaftlich auf uns aufgestürbt und auch mit der Pornografie und so weiter. Da lernst du einfach irgendwie, einfach möglichst krass zu sein und möglichst irgendwie schnell und so weiter zu sein und gut und so weiter, aber das wirklich, das Liebe, die Liebe im Sex, die kommt gar nicht mehr so richtig rüber, weil du einfach versuchst, der krasseste Typ zu sein, aber eigentlich die wirkliche Verbindung, das ist nur noch Ego-Ding irgendwie, so, also das ist schon noch krass und ja, all die gesellschaftlichen Konstrukte, wie Beziehungen sein müssen und so weiter, sehe ich einfach ständig da draussen und das ist einfach nicht wahrhaftig irgendwie. Und das ist Energie und diese Energie, die wir da leben, die leben dann auch unsere Kinder und das auch zu sehen und zu fühlen, das ist das kleinste Projekt, das ist ja, wenn du Kinder hast oder Enkel oder Nicht-Neffen, die spüren sofort, wie du dich fühlst, die spüren sofort, wenn du Freude erlebst oder es ist wie, Energie ist ansteckend in jeglicher Art und Weise und da sollten wir wirklich auch alle drüber sprechen, was Beziehungen sind, was Partnerschaften sind und viele setzen sich ja in diesen Schatten hinein. Warum kann ich das und das nicht leben? Aber das und das nicht leben, zum Beispiel eine funktionierende Partnerschaft, ist wieder das Matrix-Konstrukt. Weil was ist denn eine funktionierende Partnerschaft? Das muss jeder für sich selbst herausfinden, was einen gut tut und dann braucht es halt dieses Gefühl zu sich selbst, für seinen Körper, für seine Gefühlswelt und wir alle haben unsere Erfahrungen, wir alle haben unsere Traumata, unsere mehr oder minder schöne oder nicht so schöne Kindheit und so weiter, ja. Sehr, sehr breit gefächert, das Thema. Ja, stark, was sie sagt. Auch, dann liest man irgendwie die, 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 die ab, keine Ahnung, ab 40 Jahren oder so liest du irgendwelche Zeitschriften oder schon früher und du lernst, Beziehungen müssen so sein oder du siehst einen TikToker, der sagt, der Mann muss so sein, die Frau muss so sein. Und da gibt es ja die krässten Spaltungen, ob jetzt ein Mann irgendwie nur der Macher ist und nur er das Geld verdienen soll und die Frau sollte nichts verdienen müssen und der Mann sollte für die, für alles aufkommen und so weiter. Ich finde, das ist alles, alles so Gesellschaftsstrukturen. Ihr zwei, du, deine Frau und du können doch entscheiden, was ihr machen wollt. Vielleicht hat auch mal ein Mann Lust, eher zu Hause zu sein und für die Kinder zu schauen und das auch überhaupt nichts Schlimmes und vielleicht, die Frauen wollen ja auch jetzt mehr Business machen und so weiter und wollen auch mehr Geld verdienen. Dann finde ich, irgendwie kann man dem auch ein bisschen Raum lassen und nicht sagen, ah, der Mann sollte das Geld verdienen und so weiter. Ich finde auch zum Beispiel persönlich, dass ein Mann natürlich die Frau beschützen sollte, also so gut dastehen, dass er die Frau beschützen kann in einem, weiss auch nicht was, weil die Welt kann manchmal hart sein, aber andere Dinge wie Geld verdienen und so weiter, das ist sehr individuell von einer Beziehung aus. Und sorry, ich rede sehr viel, aber ich bin heute redegewandt. Das mit den Kindern, mit den kleinen Kindern und so weiter, dass sie das gerade spüren, wie du dich fühlst und meistens sagen sie es dir auch. Und ich hatte früher oder glaube ich immer noch manchmal Probleme mit Kindern, weil ich genau weiss, sie spüren das und sie sagen es mir dann auch. Und ich bin irgendwie manchmal noch krass, weil dann wirst du noch unsicherer, wenn du weisst, das Kind oder die Person spürt es, dann ist es manchmal noch schwieriger. Es ist wieder zu authentischer. Auf jeden Fall. Und du hast es auch gerade erwähnt, da gibt es ganz andere Sternvölker oder die das ganz anders machen. Und das ist unglaublich spannend. Und ich finde es auch, wenn ich dein Buch lese, was da für ein Einblick ist. Also man könnte meinen, man ist in so einem Science-Fiction-Film und die ganze Welt eröffnet sich einem und es gibt eine ganz andere Perspektive. Und ich finde es sehr gut, wie du das machst, weil alleine jetzt, ich habe nochmal eine Stunde vor dem Interview dieses Buch gelesen und was sich da für Räume erschlossen haben, die vorher gar nicht so offen waren. Und wenn du jetzt sagst, dieser eine Bereich der Sexualität ist jetzt einer, der in deinen Augen sehr wichtig ist, wie war vielleicht vorab nochmal dein Zugang zu den Sternvölkern? Und wie können wir uns das vorstellen? Weil ich glaube, einige werden zuschauen, die haben noch gar nicht wirklich diesen Zugang, ah, da gibt es wirklich andere Lebewesen, zum Beispiel auf dem Mars. Du hast diesen Mars beschrieben und da hast du eine Schutzhülle drum, weil man sieht den hier, man sieht die Bilder von der Nase und man denkt, ah, das ist ein Planet, da ist kein Leben drauf, da ist kein Baum, da ist keine Vegetation, da ist gar nichts. Und was du schreibst, ist ja was komplett anderes, eine ganz andere Realität, die sich einem aufmacht. Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch Fotos von dieser Sonde, die dort ist und man hat dort überall die Fotos jetzt gesehen mit den Herzchen. Überall gibt es Herzchen. Das passt komplett zu den Marsianern. Wie ich dazu gekommen bin, das ist ja auch schon seit der Kindheit, ich habe diese Wesen gesehen oder ich habe immer wieder dieses, also das Einzige, was ich mir übrigens angeschaut habe, war Alf, ja, die Serie Alf. Also man könnte meinen, ich bin ein Star Trek-Fan, bin ich überhaupt nicht, ja, gar nicht. Nur, was bei mir halt immer wieder war, diese Transpeakings, die ich jetzt auch beruflich mache, also sprechen dann Energien durch mich, wo sich teilweise, nicht immer, aber auch teilweise die Stimmbänder so formieren im Körper, dass es wirklich auch eine ganz andere Stimme ist. Und das sind so Experimente, die durch mich schon seit meiner Kindheit gemacht wurden, aber sehr schöne Experimente. Und das Hellensichtige hat immer wieder auch gezeigt, es gibt Wesen. Und ich habe das so lange weggeschoben, bis ich wirklich sehr stark krank wurde. Also da war alles dabei, in jeglicher Art und Weise, nicht nur das schwere Burnout, sondern Rheuma und Herzinfarkt, dann musste ich eine Chemotherapie machen oder habe es gemacht, ich habe es mit mir machen lassen, ja, das sind so Sachen. Und wie ich dann schlussendlich mich getraut habe, ich bin ins Richtung Mediumship gegangen, also mediale Ausbildung, auch am AFA-Finde-College, da ging es jetzt eher um die Jenseitskontakte, also ich bin ein ausgebildetes Jenseitsmedium auch, habe das auch lange gemacht mit Klienten. Nur, ich habe, ich bin ein Trance-Medium ebenso, also mit Heilung, mit Trance-Healing und so weiter. Wenn du dann siehst, welche Energien und welche Wesen da arbeiten und du fragst halt deinen Mentor, du, da gibt es schon die Jenseitigen, aber da gibt es ja auch diese anderen. Welche anderen? Und ich habe das dann noch immer ein bisschen unterdrückt und seit vier oder fünf Jahren habe ich so langsam dann begonnen, ja, und es gibt auch Menschen, die sehen sowas wie Aliens, habe ich so ein bisschen bei den Teilnehmern so vorgefühlt und die Reaktionen waren sehr gemischt. Und mehr und mehr habe ich dann einfach beschrieben, was ich sehe und dann habe ich das gesehen und das gesehen und sie haben dann gesprochen durch mich, ich habe das dokumentiert und die Skepsis war meinerseits auch da und da habe ich dann auch bemerkt, oh, da ist auch ein Matrix-Konstrukt da. Dass wir Angst haben sollen vor anderen Sternenvölkern und dass wir Menschen Spektren in uns haben, dass wir uns erinnern an Parallelleben, wo wir andere Sternenvölker sind. Und da wurde es dann wirklich spannend. Und mittlerweile ist es so, dass ich über 100 Sternenvölker schon gechannelt habe, gemalt habe, sie beschreibe in den Büchern, in meiner Academy, mit manchen Sternenvölkern, wenn man da fühlend miteinander was erlebt, merkt man auch die Kooperation bei den Heilungen. Mir geht es hauptsächlich um die Heilung und die Selbstheilung des Menschen und natürlich auch mit Engeln. Also dieses Sternenvolk-Engel gibt es auch, gleich wie das Sternenvolk-Mensch, gleich wie das Sternenvolk-Marsianer, gleich wie das Sternenvolk-Orion, Sirius, Aktorianer, dann gibt es noch Krüttrö, also da gibt es ganz spektakuläre. Natürlich gibt es auch Sternenvölker, wo der Mensch sagt, hm, nein danke. Und das ist auch legitim, die gibt es auch. Also ich habe da schon ziemlich viel auch erfahren und natürlich auch, dass es auf der Erde Menschen gibt, die manipulativ arbeiten mit Energien. Wir Menschen sind alle in gewisser Hinsicht manipulativ unterwegs, aber wenn man sich die Reinheit des Herzens bewahrt und auch immer wieder reingeht ins Herz und in diese Herzenergie, dann fühlt man auch, dass man sehr kraftvoll ist als Mensch. Also dass man bei Weitem nicht dieses Opfer ist, egal ob Matrixkonstrukt, egal ob irgendwelche negativen Energien, egal ob Manipulation und so weiter und so fort. Also man sieht dann wirklich auch, wenn man so ein negatives Wesen vor sich hat und man dehnt diese Energie regelrecht aus des Herzens, der Herzenskraft, da wird dir wirklich bewusst, wie kraftvoll du als Mensch bist. Und das ist genial. Also da, das habe ich schon sehr vielen Menschen jetzt auch gezeigt und das geht noch viel weiter. Also da gibt es so viele Spektren jetzt drum, viele Menschen wachen jetzt auf in der Hinsicht, was ihre Träume betrifft. Ich habe so viele Menschen, die sagen, Birgit, ich habe nichts mit Spiritualität am Hut, nichts mit Aliens am Hut und die schreiben mir, ich habe einen Traum. Das war kein Traum, das war echt. Da war ein Alien, der hat mit mir geredet, dann der eine hat mir irgendwas da eingepflanzt, kann man das wieder weg machen. Der andere sagt, ich bin, ich bin quasi dein Großvater und so weiter und so fort. Also und was noch ist, ich habe ein Kartenset gemacht mit einer Freundin gemeinsam. Mittlerweile male ich ja selbst, aber das erste Kartenset hat sie für mich umgesetzt anhand meiner Skizzen. Und diese Sternenvölker, die darauf sind, die wurden Kindern gezeigt und die Kinder sagen, das ist mein imaginärer Freund, imaginärer Freund oder ich habe von dem geträumt oder und nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern. Das heißt, da bricht gerade etwas Großes auf meinem Empfinden nach dieser Ufo-Sichtungen. Das habe ich auch gehört. Vielleicht kennt jemand von euch Joe Rogan Podcast, das war der grösste Podcast der Welt mit Tucker Carlson. Und die haben auch vom Anfang an über Aliens und so weiter gesprochen, über Ufo-Sichtungen und so weiter. Und ich meine, wenn das dort schon angesprochen wird, dann wird das Thema immer heisser und heisser. Und auch Anthony William hat, glaube ich, vor ein oder vor zwei Jahren mal einen Alien-Podcast gemacht, der hat manchen überhaupt nicht gepasst, weil das halt sehr hart ist, was dort gesagt wird. Aber ja, ich glaube, das kommt jetzt immer mehr und mehr an die Oberfläche, dass es Aliens und was auch immer, dass es alles gibt und dass die die Regierungen und so weiter, dass die schon lange mit diesen Aliens und so weiter Deals haben und so weiter. Also die versuchen, das auch irgendwie unter dem Deckel zu halten. Aber das wird eine spannende Zeit, weil es wirklich auch so im Mainstream ist. Es ist nicht nur eine Birgit Fischer, die das sagt, sondern wirklich ein Joe Rogan, der weltweit bekannt ist. Und die sprechen auch über das. Und ja, mal sehen, was da auf uns zukommt. Die in der Presse gezeigt werden oder die die ganzen Sachen, die da uns gesagt wurden, auch im vorigen Jahr schon. Das ist ein bisschen falsche Flagge. Ja, aber es gibt da sehr, sehr viele UFO-Sichtungen auch im deutschsprachigen Raum. Und wir haben mittlerweile auch schon eine Plattform gemacht, wo wir das sammeln. Ich werde das auch auf Telegram immer mehr jetzt veröffentlichen und zeigen. Das ist wirklich von Privatpersonen. Und ich brauche nicht die NASA dazu, wo eh die Hälfte gefälscht ist, sondern wir alle vernetzen uns auf eine Art und Weise. Und manche von uns, so wie ich oder du, wir bringen es halt raus. Und da sind wir jetzt wieder beim Mut. Du hast gerade gesagt, du hast über 100 Sternenvölker gechannelt, gemalt. Und da stellt sich die Frage, sind die denn alle wirklich materiell, real? Du hast gerade gesagt, manche, dann ist ein unsichtbarer Freund da. Also es gibt ja bestimmt dann so wie Engel. Engelwesen sind ja dann nicht materiell. Manche können die sehen, manche nicht. Und wie siehst du das bei den Sternenvölkern? Wie viele von denen sind wirklich in der Materie, haben Körper, die dann mit so einem UFO-Thetisch rüberkommen könnten und wir könnten die sehen. Also alle könnten die sehen, nicht nur manche. Und wie viele sind noch in so einer Zwischenstube? Es gibt ja verschiedene Formen der Materie. Okay, da müssen wir ein bisschen breiter das anschauen, weil sehen könnten wir sie alle, nur das hat etwas mit den hellen Sinnen zu tun. Also wir haben ja die hellen Sinne und jetzt ist es natürlich so, dass die Schwingung der Erde sich verändert, die Frequenz verändert sich. Und das bedeutet auch, dass mehr und mehr Menschen sie sehen werden. Und nicht nur sie in ihrer physischen oder nicht-physischen Form, sondern auch die Schiffe. Deshalb sehen so viele Menschen jetzt die Schiffe. Es ist so, es gibt so viele Sternenvölker und ich habe gehört, also was mich betrifft, ich werde noch weit mehr channelen. Also das kommt jetzt, kommt der nächste Schwung wieder. Es ist jetzt so, dass ganz viele haben natürlich auch die Fähigkeit, dass sie sich materialisieren. Also das heißt, sie haben einen Körper, sie können sich entmaterialisieren und dann materialisieren auf der Erde. Beispielsweise die Aktorianer haben das in den letzten Jahren, da gab es viele Feldversuche von ihnen und haben das auch geschafft. Also in der Nähe von Wien gab es auch einen Vorfall, wo viele Menschen, die auch keinen Zugang dazu haben, also eigentlich nicht haben, haben gesagt, oh, ich habe da ein Männchen gesehen, was war denn das? Und dann gibt es welche, die haben tatsächlich eine physische Form, die brauchen die Schiffe. Es gibt auch welche, die brauchen überhaupt keine Schiffe, so wie die True Seed, die gehen in die Entmaterialisierung. Die haben zwar Schiffe, aber nur zum Umwandeln von Energie oder energetischen Codes, die die Menschen unterstützen. Also das gibt es auch. Es gibt dann die Marsianer beispielsweise, die bauen mit so etwas wie, ich habe es benannt, mit Sternenstaub. Das ist ein bisschen romantisch dargestellt, aber das Ganze ist in meinem Empfinden nach hochwissenschaftlich, weil die bauen damit tatsächlich Teleportationsportale und mit diesen Teleportationsportalen kommen sie wirklich überall hin. Dann gibt es welche, die haben Schiffe, da sind oben, also es ist eine Scheibe, oben ist sowas wie eine Aussichtsplattform, aber das ist keine Aussichtsplattform, sondern das sind kleine Teleportationsbildschirme und ich durfte da auch im Trance-Zustand durchgreifen und habe dann wirklich auch gesehen, dass ich mich ja entmaterialisiert habe. Also das ist schon eine Technologie in einer Art und Weise, aber das sind nicht nur Technologien, sondern das ist insbesondere etwas Energetisches und da schließt sich für mich auch der Kreis des künstlichen Konstruktes, der Matrix, weil es wird uns allen eingeredet, dieses Energetische gibt es nicht, die Energetik gibt es nicht, der Mensch ist nicht Energetik, alles was ich nicht sehe, gibt es nicht. Und da beginnt etwas Großes aufzubrechen, weil wenn der Menschen das bewusst wird, und das wird jetzt vielen bewusst, und viele sind damit überfordert, dann werden wir auch Wunder erleben, was wir als Wunder sehen. Ja, es wird sich so viel verändern, wenn wir plötzlich mehrere UFOs sehen und ja, irgendwie, keine Ahnung, Telepathiewege und, 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 entmaterialisierte Sachen, dann reisst ja irgendetwas auf in unserem Bewusstsein. Und wir denken, what, in was für einer Welt haben wir ja bis jetzt gelebt? Und die Matrix hat uns so krass gefangen gehalten und zum Beispiel hat auch Anthony William gesagt, dass wir ja alle ein Handy dabei haben und dass jetzt immer mehr und mehr Videos herauskommen von Alien, die gesichtet werden und so weiter und ja, dass das auch ein Tool ist, halt, um das wirklich auch festzuhalten. Ich denke aber schon halt, was der Mainstream dann uns erzählt und so weiter, ist natürlich dann meistens wieder Quatsch, aber ja, das könnte schon sehr, sehr viel verändern in unserem Bewusstsein. Ich muss sagen, auch ich bin jetzt da, also ich glaube, dass es anderes Leben gibt und, 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 und. Ja, nee, eigentlich muss ich gar nicht haten, es gibt es hundertprozentig. Teleportation, Telekinese ist jetzt, in diesem Jahr wird es immer stärker greifbar und wird zu vielen Menschen kommen und nicht nur zu der spirituellen Szenerie, sondern wirklich raus in die große Masse. Nur, das überfordert auch die Masse. Und da werden halt jetzt Punkte gesetzt, beispielsweise, dass Marihuana, oder ich glaube, Marihuana, erlaubt wird im deutschsprachigen Raum. Da sollten sich jetzt alle mal fragen, warum das so ist, gerade jetzt. Okay, das ist jetzt spannend, weil natürlich habe ich das auch gehört und ich kann einfach aus meiner Sicht sprechen. Ich habe mit 14 begonnen zu kiffen, ist natürlich sehr früh und es hat eigentlich mein ganzes Leben umgedreht und eher ins Negative. Ich war ein sehr selbstbewusster Typ. Ich war auch, zum Beispiel, ich habe Handball gespielt und ich war wirklich sehr, sehr gut im Handball. Es ist jetzt nicht irgendwie, ich war wirklich gut, war auch in der Regionalauswahl und so weiter, war wirklich gut. Dann habe ich begonnen zu kiffen und ich hatte wirklich Angst vor allem. Ich hatte Angst vor den Zuschauern, Angst vor meinen Gegenspielern, Angst vor dem Ball und ich war wirklich so eingeschüchtert und einfach nicht mehr derselbe Typ. Das war wirklich so krass extrem zu sehen und auch mit anderen Menschen. Ich habe mich wirklich plötzlich geschämt und habe in mich gekehrt und wollte mit niemandem etwas zu tun haben und mit dem habe ich heute immer noch zu kämpfen, diese soziale Phobie und so weiter. Ich weiss nicht, ob sie nur auf das hinaus will, aber vielleicht ist es dann auch so, du hast gekifft, deswegen siehst du das, erzähl doch keinen Blödsinn, du bist einfach high. Das könnte natürlich auch sein, aber einfach aus meiner Sicht muss man dann so sehr, sehr aufpassen mit dem Kiffern. Wenn, dann sicher nur selber Angebautes und nichts irgendwie Indoor von, keine Ahnung, das wird heute so krass überzüchtet. Aber, ja, das hat mich sozial ziemlich abgeäfft, diese Droge. Aber natürlich habe ich dann auch zu viel Alkohol getrunken, es kam alles ein bisschen so in der gleichen Zeit. Aber ich glaube schon, dass das Kiffer einen sehr, einen grossen Teil dazu beigetragen hat. Und ich kenne einen Kollegen, der ist genau gleich, der ist auch jetzt eher, ja, so halt nicht mehr sozial und so weiter. Und wir versuchen jetzt da rauszukommen, deswegen ernähre ich mich nach Anthony William und versuche wirklich mit meinem Willen da wieder zum alten Ich zu kommen. Weil das ist sehr, sehr schade, ja, wegen so einer Substanz dann irgendwie nicht mehr du selber sein zu können. Und da muss man wirklich aufpassen, jetzt mit dem, es ist legalisiert, okay, aber ich finde das auch nicht wirklich gut. Das muss ich ganz ehrlich sagen, es ist immer noch eine Droge, es kann immer noch dein, dein Hirn eigentlich zerstören. Und ich finde, das hat nichts mit, wie Alkohol, das sollte nicht legal sein. Und bei Alkohol ist es ja legal und alle machen es, weil es legal ist, aber es ist ja auch schrecklich. Da können wir gerne drauf eingehen, weil das Erste, was ich von dir mitbekommen habe, war, dass du mal gepostet hast, du siehst es kritisch, dass man zu viele Psychosubstanzen einnimmt, um dann irgendwelche rauszustände oder halt spirituelle Ereignisse zu haben. Und dann Marihuana, also ich habe da auch meine Erlebnisse und ich habe in den seltensten Fällen gesehen, langfristig, dass das eine positive Entwicklung genommen hat. In den meisten Fällen war da irgendwie eine Schizophrenie oder eine Psychose, also langfristig, wenn man zu früh angefangen ist und lange dabei geblieben ist. Und wie ist deine Meinung und siehst du es auch so, dass Marihuana, ich hatte da meine Erfahrung auch mit, bei mir war es so, es hat einfach nur betäubt, langfristig. Und ich habe mich betäubt, weil ich nicht klarkam, in der Schule mit dem System habe ich mich betäubt. Und dann wusste ich aber auch, das ist eine temporäre Sache und ich muss das loslassen. Ich darf nicht beeinflusst sein von irgendwelchen Substanzen. Und ich selber bin jetzt auch seit 2011 komplett frei davon, habe gesagt, für dieses Leben geht das nicht. Ich brauche die Klarheit, die Reinheit. Wie ist dein Standpunkt zu diesem Thema? Naja, Standpunkt habe ich wenig. Ich habe es mir, naja, weil ich mit Drogen, also ich, erstens einmal war es so, in der Kindheit habe ich epileptische Anfälle gehabt. Da wurde mir schon eingeredet, wenn du das nimmst. Hammer Problem. Das stimmt nämlich wirklich, ich kann mit solchen Substanzen nichts anfangen. Ich habe einen kompletten Respekt davor, weil ich sehe, mich würde es komplett zerlegen. Ich habe allerdings auch mal was geraucht und ich habe für mich gemerkt, meine Hellsinnene werden gedämpft. Also ich habe bei Weitem nicht mehr diesen Zugang, den ich sonst habe. Bei Weitem nicht. Bei mir war es eher der Alkohol. Ich habe mich betäubt und zwar mit dem Alkohol und danach eben mit Medikamenten, damit die Hellsinnene nicht mehr so stark präsent sind, weil es mich überfordert hat. Ich habe dann sehr viele Channelings dazu gemacht. Es gibt ja diese Ayahuasca-Erfahrungen. Da habe ich wirklich mit sehr vielen Menschen gesprochen. Das ist jetzt nicht nur gechannelt. Ich habe nämlich rausgegeben, ja, es kann schon sein, dass so eine Erfahrung dir auf einmal zeigt, was es alles gibt. Aber ein regelmäßiger Konsum wird dazu führen, dass du abhängig bist. Also wenn du da hingehst, nur damit du spirituelle Erfahrungen hast, ist es, dass du dich klein fühlst und glaubst, dass du nur mit dieser Heilpflanze diese Größe erfährst. Das steckt dahinter. Bei Marihuana ist es ein bisschen was anderes. Ich meine, diese Erfahrungen hast du bestimmt nicht. Und da zeigt sich eben, und das habe ich auch in der Klientenarbeit gesehen, dass die Emotionen unterdrückt werden und so unterdrückt werden, dass du teilnahmslos bist. Das heißt, du bist nicht mehr in einer Entwicklung drinnen. Du bleibst an einem Standort stehen und kannst dich nicht mehr entwickeln. Du kannst dich nicht rausentwickeln oder reinentwickeln in deine Größe, dadurch, dass die Emotionen komplett fehlen. Ich habe dann auch erlebt, ich habe Menschen da auch begleitet. Mittlerweile machen es meine Schüler, also die von mir ausgebildet wurden, also ich mache keine persönlichen Termine mehr. Ich habe dann auch gesehen, dass die Menschen, die zum Beispiel dann nichts mehr rauchen, also gerade das Rauchen von Marihuana beispielsweise oder Haschisch oder so, wenn das regelmäßig erfolgt, gehst du halt komplett raus aus den Emotionen und glaubst wirklich, du bist cool drauf und hast wirklich eine Ahnung vom Überirdischen. Das ist bei Weitem nicht der Fall. Das ist sehr stark Illusion und sehr stark Ego. Und wenn sie dann aufhören, müssen sie wieder lernen, mit Emotionen umzugehen, müssen sie wieder lernen, mit den ganzen Energien umzugehen, von den anderen Menschen insbesondere. Und da werden halt viele wieder rückfällig und sagen, nein, ich brauche das jetzt. Das ist aber nicht nur bei Marihuana so, sondern auch beim Essen. Und viele Kiefer, die träumen auch gar nicht. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil. Weil ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viel träumt. Ich kann mich auch oft daran erinnern. Ich kann jetzt irgendwie nichts herausnehmen und sagen, ah, das ist wegen dem passiert und so weiter. Das checke ich eigentlich nie. Sehr oft komische Träume. Aber die Kiefer, die träumen nicht. Und das ist schon nicht so cool. Und du bist meistens, bist du halt eher in dich hineingekehrt. Und ja, das kenne ich auch, dass du dann denkst, du bist der Oberspirituelle. Aber meistens hat das wirklich, okay, nichts mit der Realität. Das andere hatte auch nichts mit der Realität zu tun. Aber was sie gesagt hat, es gab wirklich so ein Ego-Ding. Und du denkst, du bist der, irgendwie, ja, es entsteht so ein spirituelles Ego aus dem Kiffen. Was aber gar nicht immer unbedingt irgendwie dann wirklich auch so ist. Also ich will jetzt nicht gegen irgendetwas Kiffen schiessen. Aber ich persönlich habe wirklich keine gute Erfahrung gemacht. Und wieso wird das jetzt legalisiert? Das ist immer komisch, wenn solche Sachen plötzlich legal werden. Ernährung, Alkohol, starkes Nervengift. Und ich spreche nicht davon, ja gut, raucht es mal. Ich meine, ich will das nicht verharmlosen. Raucht es mal einen Joint oder trink mal ein Bierchen. Darum geht es nicht. Das ist immer wieder mal, ja. Da ist man sich aber auch bewusst, ja gut, jetzt mache ich das mal, weil es gerade gesellig ist. Und das ist in Ordnung. Sondern es geht wirklich um die Regelmäßigkeit. Und das ist Unterdrückung und deiner Größe, die du hast. In der Wahrnehmung, in dem, was du bist und so weiter. Also wir sind jetzt in einem Zeitalter der spirituellen Entwicklung, wo wir wirklich merken, unser Energiesystem, das gibt es. Wir haben Auraschichten. Wir nehmen teilweise auch Energien von anderen Menschen wahr. Und wenn wir sehr zerbrechlich sind oder gerade in der Entwicklung, müssen wir noch achtsamer mit uns umgehen, damit wir es nicht annehmen. Die Energien sind alles sehr intensive Erfahrungen. Und wenn wir uns da in Rauschzustände, in regelmäßiger Art und Weise hineinbegeben, sind wir nicht in unserer Größe. Und ich kenne eine sehr nahestehende Person und die hat auch letztes Mal gesagt, er muss kiffen, um Gott näher zu kommen, weil er das alles nicht aushält, sozusagen. Und das ist mir sehr eingefahren. Ja, dass du diese Substanz brauchst. Also ich verstehe es irgendwo durch, auch weil diese Welt ist manchmal wirklich ziemlich katastrophal. Aber dann in eine Droge nehmen zu müssen, um sich mehr mit Gott und so weiter zu verbinden, das war dann ein bisschen komisch für mich zu verstehen. Obwohl ich es, wie gesagt, auch ein bisschen, ja, diese Welt und man gewisse Menschen, ich bin ja auch sehr, ja, feinfühlig oder was auch immer. Aber ich habe, vielleicht auch durch das Kiffen, bin ich dann wirklich einfach sehr irgendwie allergisch geworden gegen so komische Energien und so Menschen, die irgendwie völlig denken, sie sind die Coolsten und so weiter. Da habe ich schon Probleme. Und da ist auch sehr wichtig, da hat der Geist schon auch sehr viel Kraft. Weil ich habe mich jetzt die letzten zwei Monate wirklich selber runtergemacht, wollte nicht mehr leben, bla bla bla. Und dann hatte ich ein Telefonat mit einer wundervollen Frau und die hat mich dann so wie ein bisschen aufgebatzt. Komm mal aus deiner Opferhaltung heraus und so weiter. Du bist gut, du bist cool und so weiter. Du bist der Beste. Und zuerst habe ich gedacht, ja, bla bla bla, das ist alles so Ego-Stuff. Aber dann habe ich das wirklich auch angefangen wieder und das ging wirklich schnell. Und es hat mir geholfen, mich wieder selber aufzubauen. Dass man sich wirklich nicht selber runter macht, das ist schon auch sehr, sehr wichtig, sondern sich selber aufbaut. Du bist cool, du bist so wie du bist und du bist ein König. Also sehe ich es wie du ganz wichtig, dass wir da diese Klarheit haben. Und vor allem auch, was du gerade angesprochen hast, diesen Schutz. Weil mit dieser Zeit, dann öffnet sich jetzt was. Und wie siehst du dieses Thema des Schutzes? Weil du hast ja jetzt sehr viel Zugang, siehst sehr viel. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch noch, sag ich mal, Kräfte, die dagegen arbeiten. Wie schützt du dich vor, oder einfach nur anderen Menschen, die was anderes sehen und die was überstülpen wollen. Wie schützt du dich energetisch? Das waren jetzt zwei, drei Sachen. Ich schütze mich gar nicht. Also mein Schutz ist, dass ich mich wirklich mehrmals täglich, einfach weil es schön ist, auch weil ich es wirklich liebe, mich hinsetze. Ich meditiere halt nicht, ich sage dazu Trance. Ich liebe es auch, mich in andere Sphären zu begeben. Und ich beobachte auch mein sensitives Energiesystem. Das heißt, meine Auraschichten, die ist auf der Erde oder, wenn man das so sagen kann, auf der Erde viel los. Und dann sieht man beispielsweise, wer telepathisch dann jetzt vor einem steht. Also mittlerweile, ich habe schon diese, die Telepathie ist bei mir so ausgereift, dass wenn jemand mit mir, und ich lasse nicht alle zu. Sondern nur im privaten Bereich lasse ich zu, dass jemand mit mir telepathisch Kontakt aufnimmt und dann sehe ich regelrecht ein Hologramm von mir. Und man sieht, wenn man so achtsam mit seiner Energie auch umgeht, und das lernt man, das ist ein Forschungsprojekt deiner selbst, dass du achtsam schaust, was ist heute los, energetisch, welche Entwicklung geht es jetzt heute? Oder bin ich in meiner Herzenstimme oder bin ich gerade stark in meinem Kopf oder im Ego drinnen? Das sind Unterschiede. Und das zu beobachten macht auch Spaß. Und in dieser Freude siehst du dann auch, okay, da hat mir jetzt jemand mal so einen Spitzen freigeschickt. Der tut auch weh. Das heißt, der Körper spricht dann auch. Das bedeutet aber auch, dass man seinen Körper wirklich wahrnimmt. Also für mich ist Sport und die physische Bewegung auch etwas Wesentliches, was zum Energiesystem gehört. Und da kann ich aber keine Empfehlungen geben. Weil es gibt so viele unterschiedliche Arten der Bewegung, wie man den Körper bewegen soll. Das sollte man selbst lernen zu fühlen. Also das sind so viele Komponenten. Und wenn dir jemand etwas schickt, dann auch, weil du etwas ausgeschickt hast. Und so viel Ehrlichkeit sollte man sich auch selbst geben. Ja. Also wir denken so viel während des Tages über. Und wir werden auch getriggert. Und in den Triggerpunkten liegt ein Ternfeld. Ein Lernfeld. Und am Anfang, bei mir ist es halt so, dass ich dann wütend bin. Und ich merke dann allerdings, wenn ich wütend bin, okay, jetzt setze ich mich hin. Was ist da los? Und in dieser Wut zeigt sich dann auch, wenn man da wirklich ins Mitgefühl dann geht für sich und auch für andere, dass man auch dann dankbar ist. Danke, dass du mir das geschickt hast. Und jetzt kann ich weitergehen und gehe den grossen, mutigen Schritt für mich weiter. Weil das darf ich jetzt einmal gehen lassen. Und ich lasse es dann aber auch wirklich gehen. Ich habe zum Beispiel bei der Arbeit einen Typen, der nervt mich richtig, man auch mal. Ohne Scheiße, ich hätte ihn fast einmal wirklich am liebsten getötet. Weil er so hinter meine Fassade gefasst hat, weil ich so negativ drauf war. Und ich habe irgendwie meine Fassade aufgebaut. Und wollte einfach Ruhe, wollte irgendeine dummen Sprüche. Und der ist halt immer gekommen, hat mich provoziert, weil er das gespürt hat. Er hat diese Energie gebraucht und so weiter. Und es kam wirklich ein Moment, ich wollte ihn wirklich ohne Scheiß, ich wollte ihn töten, weil ich so wütend wurde. Es war unglaublich. Und das hat sich dann irgendwie wieder gelegt zum Glück und so weiter. Aber das war schon heftig. Und da ist so die Frage, weil ich habe mich vorher immer, ich hatte diesen Typen schon, hat mich immer ein bisschen genervt und ich habe mich immer ein bisschen zurückgenommen, habe mich selber irgendwie beobachtet, wie reagiere ich und so weiter. Also sehr mit dieser Aufmerksamkeit, Reflexion und so weiter. Aber vielleicht ist es manchmal auch gut, einfach zu sagen, okay, der ist halt so, ich kann den nicht enden, höchstens kann ich irgendwie lernen, mit dem besser umzugehen. Und wenn es nicht geht, dann muss man vielleicht wirklich einfach irgendwie sich entfernen von diesem Menschen. Also ich weiss auch noch nicht genau, aber ich bin da jetzt noch nicht sehr viel weiter gekommen, aber vielleicht einfach irgendwie einen anderen Job oder so weiter zu suchen, weil es halt auch wegen meiner Stimmung, wenn ich gut drauf bin, dann kratzt mich das null. Und wenn ich so depressiv und sehr verwundbar bin, dann kratzt mich das sehr. Also es liegt natürlich an mir, weil wenn du selbstbewusst bist, dann kratzt dich das null. Schlussendlich ist es immer von dir, weil er spürt deine Unsicherheit und will da deine Energie. Und es gibt zwei von denen, die das wollen. Und ja, es gibt vielleicht einfach diese Menschen und die muss man einfach so lassen und vielleicht weggehen. Also da bin ich jetzt auch noch nicht hundertprozentig der Checker. Also Schutz ist... Neun. Also das ist einfach so ein umfassender Schutz. Das ist gar nicht so, würde ich jetzt so beschreiben. Gar nicht so, dass du das temporär machst, sondern einfach allgemein. Du hast ja gesagt, du lässt auch nicht alles zu. Also die Tele... Wie heißt das jetzt? Telekinese. Ja. Also du... Also du... Also du... Die Telepathie. Genau. Da hast du schon so einen Zugang. Okay, manche können da rein, manche nicht. Das ist schon... Jetzt hast du aber wieder was gesagt, weil die Telekinese lasse ich zurzeit nicht ganz stehen möchte, weil ich einfach auch den Menschen nicht zeigen will, wie super, dass ich bin, sondern wie großartig, dass wir alle sind. Weil alles, was ich so mache, da zeigt sich immer wieder in Kursen, dass Menschen zu mir kommen, oh Birgit, du bist so super und das, was du mir gesagt hast mal vor zwei Jahren, das ist alles eingetreten und du bist so hellsichtig und ich habe den Menschen immer gesagt, nein, du bist es auch. Und dann haben sie Kurse gemacht und am Anfang haben sie gesagt, nein, ich kann das nicht und ich kann keinen Jenseitskontakt und das funktioniert nicht und nach einem halben Jahr ein paar Kurse mit mir gemacht, zack, 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 da wird gelesen, da wird den Menschen geholfen und die Heilungen, die energetischen funktionieren. Also den Menschen immer wieder zu sagen, hey, hey, du kannst das, du bist nicht klein, du bist groß, du kannst das alles. Also das ist ganz wichtig und bei mir geht es da immer weiter, auch in diese Forschungen hinein, was wir nicht alles können und mich da auch selbst zu motivieren, hey, das bringt den Menschen etwas, ist was ganz Wichtiges, also wirklich Wichtiges. Mir juckt jetzt auch bei der Nase, dass ich mich selbst da bei der Nase nehme. Ja, genau. Also wenn ich jetzt dein Buch sehe und mir das durchlese oder dir zuhöre, dann denke ich, wow, was ist das für eine Zeit, wo diese Information einfach in so, auf die breite Masse einfach so losgehen dürfen. Also ich finde das ist unglaublich, weil das wäre vor dem Internet oder vor irgendwelchen Zeiten gar nicht möglich gewesen, dass diese Informationen so, die sind ja wirklich, die können dein Leben verändern. Wenn du das mal so annimmst für dich und denkst, wow, es gibt auf dem Mars Lebewesen, es gibt dies, ich kann so viele Sachen machen, ich bin eigentlich richtig groß und ich bin ein göttliches Wesen, dass das einfach so runterkommt auf die Welt und direkt dann sichtbar wird. Also für mich ist das das Zeichen, da ist ganz, ganz viel im Gang. Also wie siehst du? Und man muss es halt einfach auch glauben. Du kannst das alles hören und als Humpfug abschieben und weiter dein Matrixleben gehen und wahrscheinlich so auch durchkommen und so weiter. Oder du kannst es hören, das in dein Herz lassen und annehmen. Und ich habe da manchmal auch Probleme, wenn ich in einer depressiven Phase bin, dann glaube ich auch sehr, sehr wenig an mich selber und mache mich selber runter und so weiter. Also da ist es schon sehr wichtig. Bei mir ist es dann einfach immer, was mir so die Energie gibt, weiterzumachen, ist die Ernährung, mich zu reinigen, gesund zu halten und so weiter, aber auch Meditation und so weiter. Das gibt mir dann wieder den Kick, mach halt noch weiter, mach noch mehr und so weiter. Das gibt mir persönlich so die Energie weiterzumachen und immer mehr irgendwie zu mir selber zu kommen, weil viele Gifte in uns sind und bla bla bla. Wie siehst du die jetzige Zeit, was passiert hier auf der Erde? Also ich meine zum Beispiel die anderen Sternenvölker, die haben ja schon teilweise Kontakt zu den anderen Sternenvölkern wieder. Die sind ganz woanders, die haben viel mehr Technologie und man könnte meinen, wir sind auf der Erde hier so ein Planet, der irgendwie noch so im Dämmerzustand ist. Und jetzt blitzt dir so ein bisschen das Licht rein. Also den Eindruck habe ich nicht. Ich habe mit sehr, sehr vielen Menschen Kontakt, die sich noch ganz stark zurückhalten, die in allen Positionen auch sitzen, die ganz konservativ auch sind und dennoch ein Wissen haben und es halten sich viele einfach zurück und sprechen nicht darüber. Das ist vom einfachen Familienvater bis, weiß ich nicht, zu irgendeinem Sicherheitsdienst. Und es wird, was auf der Erde halt derzeit ist, wir brechen halt in allen Schichten auf. Das heißt, die ganzen Szenerien brechen auch auf und wir vermischen uns. Also ich beispielsweise habe, führe Gespräche in Disziplinen, würde ich jetzt einmal sagen, die nicht nur spirituelle Szenerie oder Energiearbeiter sind, sondern in andere Disziplinen, wo man sich denkt, na holla die Waldfee. Also es gibt überall Menschen, die davon wissen und nicht darüber sprechen. Und jetzt geht es, dadurch, dass wir reingehen in das Miteinander, zeigt sich eben ganz stark, dass wir uns im Hintergrund austauschen. Und noch einmal möchte ich sagen, und dann gibt es solche mutigen Wuzis wie uns beide, die dann da rausgehen und darüber sprechen. Manche möchten auch nicht in die Öffentlichkeit gehen damit. Und zu realisieren, dass nicht nur das Internet und dass nicht nur YouTube wichtig ist, um Informationen zu sehen, sondern wenn du fühlst und weißt, dass sehr viele Menschen davon wissen, dann ist es auch so, denn sehr viele Menschen wollen kein Handy die ganze Zeit in der Hand haben und tauschen sich aber so untereinander aus, also in persona. Und das ist auch eine wesentliche Komponente, die uns bewusst werden soll. Das heißt, es ist nicht das große Erwachen, sondern es ist das große Erwachen im Internet. Also es wird publiziert. Nur das große Erwachen gibt es schon lange auf der Erde. Und es gibt so viele Menschen, die davon wissen, dass es andere Wesen gibt. Und sehr viele Sternenvölker sind miteinander im Austausch. Und ja, es gibt Regierungen, die da infiltriert haben und so weiter und so fort. Also dieser Vorwurf auch, der immer wieder auch in der Aufklärerszenerie oder in der spirituellen Szenerie so ist, ja, die Menschen wachen endlich auf, die sind schon längst aufgewacht, meinem Empfinden nach. Es wird einfach jetzt nur publiziert. Darum geht es. Stark. Und ja, ich glaube, die Regierungen, wie gesagt, die haben schon lange Kontakt mit diesen Wesen. Und da wird alles sehr, sehr unter dem Hut gehalten. Und wie man dem sagt, dass das ja nicht ankommt. Und es wird natürlich auch sehr viel dagegen getan, wie zum Beispiel das Kiffen oder LGBTQ und so weiter, Transgender und was es da wirklich einfach alles geht. Black Lives Matter und uns irgendwie in dieser Wut zu halten und das moralische Getue und Vogue und alle sind so sensibel geworden auf Meinungen. Und du darfst das nicht sagen und das nicht sagen. Das hält dich so in dieser kleinen Welt drin irgendwie. Also es wird schon auch sehr viel irgendwie dagegen gesteuert natürlich. Und das große Erwachen, da habe ich persönlich jetzt, das habe ich jetzt auf YouTube einfach von jedem spirituellen Typ fast schon gesehen, das große Erwachen. Ich habe das selber wahrscheinlich schon in meinen Thumbnails geschrieben. Aber ich denke schon auch, dass viele wissen, nicht darüber vielleicht sprechen wollen und das vielleicht auch gar nicht glauben. Wie gesagt, man muss es ja dann irgendwie auch glauben und auch versuchen zu leben. Und wir hören uns auch viele Dinge an und leben wir es dann wirklich. Ja, es ist schwierig. Ja. Okay, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Aber das ist ja auch schon, dann würde ich ja sagen, vielleicht die nächste Stufe. Also wenn es publiziert wird, dann können es noch viel mehr Menschen, kann es erreichen. Also ich hatte zum Beispiel jetzt letztens das Erlebnis, dass mein Vermieter, der wohnt hier gegenüber, der sagte dann, Felix, ich habe das Interview von dir im Internet gesehen. Ich habe dir nichts davon erzählt. Ja genau, sehe ich auch so. Und da sehe ich, okay, dann springt so ein Funke über und dann könnte das noch mehr Menschen erreichen. Siehst du das als die Chance des Internets an, dass halt so die Botschaft, also sie ist ja so einfach erreichbar. Ich klicke ein paar Mal, dann habe ich ein Buch von dir, ich kann das lesen. Da sind ja unglaubliche Informationen drin. Oder ich klicke ein bisschen auf YouTube, kann so ein Interview sehen. Da wird auch viel Information sehr einfach zugänglich gemacht. Was ist das für dich? Also wenn du sagst, du machst ja sehr viel Prophezeiung und so, wenn du sagst, dass dieser Zustand gerade real ist, dass wir so leicht Informationen austauschen können, Zugänge geben können. Natürlich einerseits kann viel manipuliert werden, andererseits ist da auch eine gute Chance, dass das Wahrhaftige sich mehr verbreiten kann. Ja, ja, es ist eine gute Chance und dennoch ist es allerdings so, dass der Mensch jetzt lernt zu fühlen. Das heißt, wenn du ein Video siehst, beispielsweise von mir gibt es mehrere Zusammenschnitte, wo man den Eindruck hat, ich war dort beim Interview, war ich aber nicht. Und da muss man fühlen, hey, war sie jetzt dort, hat sie das wirklich gesagt? Weil es gibt die künstliche Intelligenz und man kann wirklich alles schon faken. Also wir haben jetzt versucht, auch meine Videos auf Englisch zu übersetzen lassen von der künstlichen Intelligenz, das ist unfassbar. Also die Lippenbewegungen werden nachgemacht, ich habe auf einmal chinesisch gesprochen, also es war unfassbar. Die Stimme geht mit und das gibt es mittlerweile alles, aber was nicht gefickt werden kann, ist das Gefühl. Weil viele haben zu mir auch gesagt, warum malst du die Bilder der Sternenvölker überhaupt? Das macht ja die künstliche Intelligenz, brauchst du nicht mehr. Das sind Energiebilder und diese Energiebilder, das siehst du und du siehst nicht nur das Sternenvölker, sondern du fühlst es in dem Moment, weil es ja auch gechannelt ist, weil es durch mich durchgeflossen ist. Und dadurch fließt auch die Energie zu den Menschen. Das ist so wichtig. Ah, wieso machst du nicht alles mit AI, es geht viel schneller, aber da geht die menschliche Kreativität, was ein, wenn du kreativ bist, dann bist du kreativ auch für Gott, wenn du ein Bild malst. Einfach nur für dich, dann sehen das die Engel, es sehen deine Menschen, die schon gegangen sind, Gott sieht es und so weiter. Und mit AI ist es einfach irgendein Worteingeber und dann kommt ein Bild und du denkst, wow, aber es ist nicht deine Schöpfung, es ist nicht deine Kreativität, die dort reinfließt. Klar, das kann dir Zeit sparen und so weiter, aber ich finde, genau da ist einfach wieder die Gefahr, dass du irgendwo durch wieder deine Seele verkaufst und nur noch dieses Zeugs benutzt, das ist schon schwierig. Das heißt, natürlich die Botschaft zu verbreiten ist das eine, die Umsetzung ist aber zu lernen, zu fühlen. Und jetzt sind wir ja auch in einem Zeitalter des Fühlens und der Umsetzung. Das heißt, es ist schon gut, wenn du Informationen zu dir holst und dass das Wissen da ist, aber die Umsetzung bedeutet, dass du in deinem Bewusstsein für dich etwas umsetzt, was es bedeutet zu fühlen. Und das bedeutet, wenn du da jetzt reingehst, jetzt wird es verwirrend, weil was bedeutet fühlen? Ja, viele verwechseln das mit Emotionen, die Emotionen wiegen oft schwer, weil man ja dann an den Gedanken geht, du gehst in die Vergangenheit oder in die Zukunft und bist nur mehr an Emotionen verarbeiten. Aber das Fühlen ist etwas Subtiles, etwas Leichtes. Es ist eine Wahrnehmung des Je und Jetzt. Gefühle sind die Sprache der Seele. Und das sollen wir jetzt lernen. Es ist eine Beobachterwahrnehmung und das Subtile beobachten auch deiner selbst. Und das Internet und das alles, soziale Medien und so, das ist schon gut und schön. Das ist eine Chance, das ist eine Falle gleichermaßen. Fluch und Segen gleichermaßen. Das ist gleich wie bei der Hellensüchtigkeit. Also auch Fluch und Segen machen. Also Telepathie genauso, Fluch und Segen gleichzeitig. Und hier die Balance einkehren zu lassen, das ist eine große Herausforderung, aber auch eine Chance gleichermaßen. Ich habe jetzt gerade bei dir auf Instagram gesehen, dass du fürs Jahr 2024 schon komplett ausgebucht bist. Und wie gehst du persönlich damit um? Da du ja auf einer Seite so viele Termine hast und schon so weit im Voraus planst und auf der anderen Seite dann in dem Moment einfach da bist, präsent bist und das lebst. Ich sehe häufig, dass das für viele Menschen ein Widerspruch ist. Also da wäre nur so, ich lebe in den Tag hinein, habe keine Termine. Das ist so die eine Möglichkeit. Und die andere, ich bin ziemlich durchgeplant und bin aber dann irgendwie gefühlt fremdgesteuert. Und wie schaffst du denn eine gute Balance? Nicht jeden Tag. Ja, einfach ehrlich auch zu sagen, ich schaffe nicht jeden Tag die Balance. Also ganz ehrlich, ich bin Mama, ich habe einen Sohn, ich habe einen Haushalt, ich habe, das ist ja auch eine Firma, das muss man sich auch klar werden, wenn das so eine Reichweite annimmt, das sind da arbeiten Menschen im Hintergrund. Ich habe ein Team von drei Leuten, da gibt es manchmal Ärgernisse. Also ich kann zum Beispiel mit Buchhaltung oder so, wenn ich überhaupt nichts zu tun habe, da denke ich mir geht es weg. Ich will einfach nur im Thema drinnen sein und das ärgert mich auch. Aber was ich wirklich mache und das mache ich konsequent, ist erstens einmal, ich schaue, wer wirklich gute Freunde sind zum Austauschen, weil das ist ganz wichtig. Wen kann ich vertrauen? Und das Zweite ist, ich habe so zwei bis drei Stunden am Tag nur für mich. Und das ist gerade, wenn man Mama oder Papa ist, ist es gar nicht so einfach, weil da hockt ja auch das Kind bei dir und will mit dir Zeit verbringen. Und das ist ja auch eine schöne Zeit für mich. Und nur zu arbeiten, auch wenn es, also ich liebe es ja, was ich tue. Diese Forschungsarbeit, das liebe ich auch. Und dann ist halt der Tag, der hat nur 24 Stunden, das ist echt blöd. Aber was ich halt gerne mache, beispielsweise am Vormittag gehe ich gerne laufen. Und beim Laufen merke ich, da kommen Visionen und manchmal erzählen mir meine Geizwitze, wenn ich laufen gehe. Und Humor ist etwas, was ich wirklich liebe. Also den Humor durch, egal welcher Humor. Also Humor ist für mich das, was das Leben wirklich lebenswert macht. Ich glaube, bei mir ist auch so, der Humor bringt mich auch immer wieder weiter. Weil manchmal entwickle ich sogar, glaube ich, so diesen Galkenhumor. Aber das bringt mich irgendwie weiter, das alles ein bisschen mit Humor versuchen zu sehen und alles nicht so ernst nehmen, obwohl manchmal ich auch in dieser ernsten Phase bin und alles ist verkackt. Aber ich versuche einfach, das alles trotzdem irgendwie mit Humor zu nehmen, weil dann, ja, nimmst du alles nicht so, so, so ernst irgendwie. Und das kann schon einem helfen, irgendwie durchs Leben zu kommen. Obwohl ich jetzt nicht der irgendwie absolut hormonvollste Typ bin und nur Witze mache, aber auf meine Art habe ich meinen eigenen kleinen Humor. Und das sehe ich auch immer wieder bei den Kommentaren und so weiter. Und da habe ich auch mal in einem Buch gelesen, im Neil Donald Walsh Buch, dass wenn du von dir selber denkst, du hast vielleicht nicht den Humor oder so, dann verbring mit jemandem Zeit, dessen Humor du wirklich magst, weil dann kannst du auch von diesem Humor lernen. Und das habe ich persönlich, glaube ich, wirklich irgendwie gemacht. Ich habe einen wundervollen Kollegen mit zwei unteren ein bisschen weiter weg und wir haben viel Zeit mit diesem Typen verbracht und ich liebe dessen Humor einfach. Ich habe mich eigentlich ständig nur kaputt gelacht. Und da konnte ich sehr viel von diesem lockeren, einfachen Humor mitnehmen. Und so ist das Leben einfach viel schöner auch irgendwie. Und ich finde es auch eben schön, wenn ich meine Frau zum Beispiel zum Lachen bringen kann, da merke ich, okay, das ist auch wunderschön irgendwie. Und mit Humor, wenn du dich selbst ein bisschen veräppelst, egal was dir passiert ist, auch wenn du in der Öffentlichkeit stehst und so, das macht das Leben einfach lebenswert. Und ganz ehrlich, man kann schon spirituell sein, aber immer nur auf dieser spirituellen Schiene zu schwimmen, bedeutet auch, dass du verlernt hast, Mensch zu sein. Also miteinander sich ganz normal auszutauschen oder zu sagen, hey Birgit, wie ernährst du dich? Du musst dich ja ganz toll ernähren, weil ich ernähre mich eh gut, also ich bin glutenfrei, zuckerfrei, fast vegan, nicht ganz vegan unterwegs. Aber nicht, weil ich mich zwinge, sondern durch die ganze Energiearbeit, die ich mit mir ja auch selbst mache, ist das Ganze weggefallen. Ich liebe aber Käse. Ich lasse den Käse nicht weg, weil er mir einfach schmeckt. Und derzeit habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es mir nicht gut geht. Aber zum Beispiel Tiere kann ich auf keinen Fall essen, mir wird übel. Also das sagt mein Körper, mein ganzes Energiesystem, weil ich auch sehe, wie die Tiere verendet sind. Nein, will ich nicht. Und das schon seit Jahren. Zum Beispiel Alkohol oder Drogen sowieso nicht, aber Alkohol geht gar nicht mehr. Mir wird ein Schluck und mich ekelt es. Also mir ist das vor zwei Jahren, habe ich versehentlich, wirklich versehentlich, ich dachte, es ist Apfelsaft, habe einen schnellen Schluck genommen und das ist Bier, weil kein Schaum mehr da war. Also das ist mir übel geworden. Und wir haben alle gelacht, das war zur Beerdigung meines Vaters. Und mein Bruder hat dann nur zu mir gesagt, ja, ja, das war der Papa, weil der hat immer gesagt, Birgit, trink wieder Alkohol, vielleicht wirst du wieder normal. Also so durchs Leben zu gehen und auch andere nicht zu verurteilen, wenn sie jetzt nicht mit ihrem Geiz die ganze Zeit sprechen. Oder das macht dann nämlich auch Spaß. Mein Bruder ist komplett normal oder andere würden sagen konservativ. Wenn der anruft, der sagt so Sachen, ich sehe tote Menschen. Ja, also das sagt er zu mir. Und ich könnte jetzt eingeschnappt sein und könnte sagen, und das war eine Zeit lang, wo ich eingeschnappt war, und dann sagen, ja, ist schon gut. Und ich veräppelte ihn dann zurück. Also mit meinem Bruder gemeinsam, das ist ja auch eine Comedy-Show. Also sich auch gegenseitig so anzunehmen in der Akzeptanz ist auch etwas Wesentliches. Ja, also es gibt viele Komponenten, aber ich glaube, Mensch sein ist das Wesentlichste. Also man kann viel wahrnehmen. Man kann auch sagen, nein, das mache ich nicht. Aber ganz ehrlich, ich habe ein Gewächshaus, ich bin gerne in meinem Garten, ich buddel da drin rum und bin dreckig von oben bis unten. Da ist nichts mit schönen Löckchen und hübsch geschminkt, sondern da ist einfach nur Gartenarbeit angesagt. Also ganz normal irgendwie auch. Naja, ich glaube, es ist die Demo und der Humor, sich selbst so ein bisschen veräppeln. Sehr schön. Du hast jetzt, dein Leben hat ja wirklich eine ganz große Wendung genommen. Ich habe jetzt gerade mal auf den YouTube-Kanal geschaut. Du hast ja 2020 das erste Video hochgeladen. Mhm. Das ist jetzt gar nicht so lange her. Das sind jetzt irgendwie dreieinhalb Jahre. Was war das da? Was war das da für ein Moment in deinem Leben? Und dieses Jahr 2020, wo hast du gedacht, boah, wo führt die Reise hin? Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, es geht manchmal gerade ziemlich schnell. Und manche Sachen gehen einfach gerade richtig schnell. In der Zeit hast du dann die Bücher geschrieben. Jetzt kommt das nächste Buch raus. Also das sind ja drei Jahre zusammengefasst unfassbar, was da passiert ist. Ja, ich meine grundsätzlich, ich wurde ja auf Facebook und Instagram aus diversen Gründen gesperrt. Ich wollte eigentlich nie auf YouTube gehen. Und so, ich habe so Vollmond-Sessions gemacht und Ausbildungen, was Hellsinn betrifft. Und da haben die Leute schon immer zu mir gesagt, komm, mach jetzt endlich deine Prophezeiungen, weil ich habe immer schon darüber gesprochen und Corona auch prophezeit, dass da etwas kommt, ein Virus, der ist nicht technisch, weil viele haben sich gedacht am Anfang, wie ich gesagt habe, da kommt ein Virus, haben sie gesagt, und ich habe auch gesagt, also der Edgar hat das gesagt, ein Guide von mir, das ist, es wird keine Pandemie sein, sondern es ist die Pandemie der Depression, die ausgedehnt werden möchte, sagt er immer wieder. Und deshalb Humor ist ganz wichtig jetzt, weil das geht ja noch weiter. Und ja, dann wurde ich auf einmal gesperrt auf Facebook und Instagram und bin dann erst 2021 wieder dorthin gegangen, weil ich mir gedacht habe, ihr habt ja komplett einen an der Waffe, das war ja gar nicht so schlimm, es war ein bisschen was wegen Trump, habe ich so prophezeit. Ich mag das, in die Zukunft zu gucken, einfach auch, weil es beruhigend ist, wenn man sehr sensitiv ist und ich bin hypersensitiv, musste auch jahrelang lernen, damit umzugehen und das bringe ich auch den Menschen so ein bisschen bei. Ja, und dann habe ich das einfach gemacht und die ganzen Leute, die mich schon kannten, also das war schon, europaweit hatte ich Klienten und Teilnehmer und dann auf einmal ist Puff gegangen, weil ich dann doch mutig war. Ich war aber auch grantig, weil ich konnte nicht mehr das schreiben. Ich schreibe so gerne. Ich war grantig, ich war wütend, ich war so, jetzt mache ich es einfach, weil, also vielen Dank Facebook und Instagram, es ist ja dieses Metaversum, das es da gibt, da war ich dann dankbar auch, weil die haben mir den Mutstoß da gegeben und dann, was er für ein Puff und es waren da ein paar tausend Leute und das hat sich verselbstständigt, ja. Ganz einfach. Ja, das war wirklich ein unglaubliches Jahr. Bei mir war es ähnlich, auch 2020 und bei mir war es tatsächlich Bill Gates, dem ich im Nachhinein dankbar bin, dass er mir diesen Stoß gegeben hat, wo ich dachte, komm, das war für mich der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich rausgehen, jetzt sage ich das, was er sich anmaßt im Fernsehen, allen Menschen zu sagen, was deren Plan ist, da dachte ich, okay, jetzt gehe ich raus, jetzt ist es auch egal, egal. Bei mir war es Corona, so, das kann doch nicht sein. Egal, was ich denke, egal, was ich für Ängste habe, egal, was ich da, einfach loslegen. Ja, ist der Ruf mal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, also das Sprichwort hat schon was und das stimmt auch, das hat schon was, weil, so viele Menschen machen sich Gedanken, was könnten andere von mir denken, was könnte die Familie von mir denken, geht der Partner dann weg von mir, wenn ich meine Wahrheit wirklich so lebe, ja, oder, 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 was ich mir Gedanken gemacht habe um mein Kind, aber ganz ehrlich, ich liebe mein Kind und er liebt mich und wir gehen da gemeinsam, weil es ist ja kein Zufall, dass der bei mir ist, ja, also, da sollte man auch so ein bisschen immer wieder sich in die Energiearbeit hineinbewegen, weil die Menschen, mit denen du lebst und er lebst, die sind ja nicht grundlos bei dir, sondern die machen was mit dir gemeinsam, also es hat sich ja mein kompletter Freundeskreis ja auch ausgewechselt, ja, das darf man auch nicht vergessen. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach diese Website. Wow, es geht noch weiter, aber ich habe das Interview jetzt wirklich sehr, sehr inspirierend gefunden, hat mir wirklich sehr gepasst, auch die lockere Art und so weiter, ähm, ja, wirklich inspirierend, ich danke dir, dass du zugeschaut und ich danke dir für deine Unterstützung, dass du kommentierst und dir schon nur das Video anschaust mit meinen wundervollen Kommentaren, ähm, ich danke dir und wir sehen hoffentlich uns das nächste Mal.